Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest, die Anniversary Edition. Wir befinden uns immer noch im minoischen Labyrinth in Knossos und sind auf der Suche nach dem Artefakt, das hier irgendwo, ja, versteckt und vermutlich von einem Telkine beschützt wird. Das wird unsere große Aufgabe sein, dieses Artefakt zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns, ja, schlagartig diesem Ziel nähern. Alles hier voll mit Dämonen und Fledermäusen, aber es droppen wenige Artefakte hier unten. Oder Essenzen. Beides nicht so sehr vorhanden. Mit meinen dicken Fingern auf X gedrückt und sehe deswegen den Knochenhaufen nicht. Das kann sein. Jetzt wird er angezeigt. Da geht's weiter. Ich mache nochmal den kleinen Abstecher hier. Ein kleines bisschen looten, ne? XP-Farm. Ja. Ihr haltet ja nichts aus, das ist gut. Die sind so low, da springen nicht mal mehr die Wölfe drauf an. Gut, hier kamen wir her, dann können wir die Runde auch beenden. Ich kann nichts liegen lassen, wo theoretisch was zu looten drin sein könnte. Das war schon fast ein krankes Verhalten, ne? Hm, ihr tut weh. Patin. Nein. Weg! Uzbek. Ja. Verhalten. Ich kann ja. Ich kann ja nicht gleiche. Don. Ich kann ja nicht ansief. Aber da ist alles so großartig. Nein. Ja. Ja. Tja, die stehen in der Tat auf aggressiv. Ich würde mir wünschen, dass sie manchmal ein bisschen früher losrennen. Ich bin gespannt, wann mal der erste Boss kommt, wo es nicht mehr geht, dass ich wirklich stehenbleiben kann. Ich habe das Gefühl, dass das beim Telkine spätestens der Fall ist. Was? Das ist doch nichts mehr. Hier, Kopfschmuck, komm. Na, was soll's. Dann lassen wir ihn liegen. Soll ich mal auf den Köder hacken, dann kümmere ich mich lieber um den nächsten hier. Noch mehr kannst du nicht tragen. Was haben wir hier? Fallcutter des Könnens. Armband. Naja, wurscht. Ändert am Ende nichts, was ich davon verkaufen muss. Wird verkauft. Und ich werde es eh nicht alles tragen. Und ich kann es auch gar nicht tragen. Ich habe ja schon wieder total die Orientierung verloren. Und ich kann es auch gar nicht sagen. Wer hinten dran ist, der gibt am meisten hier. So, wir haben ein Level-Up. Fangen wir hier mit an. Das geht alles auf Geschicklichkeit. Ich sehe es mal gut. Ja, und ganz ehrlich, ich werde es nicht... Nicht probieren, jetzt einen Skill durchzumexen. Das bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Jetzt ist die Frage, was passiert denn hier? Hier gibt es in der Tat ordentlich mehr Leben. Ist das vielleicht für mich nicht schlecht? Das könnte sein. Was haben wir denn hier? Lebensgewinn? Ah, da müsste ich mal überlegen, ob ich das später mit reinnehme. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Äh, die Wölfe machen mehr Schaden. Das wäre natürlich... Natürlich eine gute Geschichte. Ein bisschen mehr, wenn jetzt vielleicht solche... Lasse ich, glaube ich, raus. Das Fangnetz brauche ich nicht. Der Jagdruf. Wenn ich den jetzt mal hochbringe, dann... Passiert was? Er wird teurer. Wo ist denn der eigentlich? Wo habe ich den denn? Ich habe den doch nur auf einem Item liegen. Ich habe den doch gar nicht als Skill, oder? Plus zwei auf Jagdruf. Sehr interessant. Ich habe den doch gar nicht bewusst eigentlich, dachte ich, genommen. Jene, die den Jagdruf beantworten, kämpfen mit erhöhter Geschwindigkeit und Lästigkeit. Mehr Blutungsschaden und mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das ist aber das, was ich mir irgendwie schon wünsche, ne? Geschossgeschwindigkeit erhöht ist natürlich auch gut. Was kommt hier noch drauf? Durchschlagswahrscheinlichkeit, Durchschlagsschaden und Blutungsschaden. Gut, das ist halt, wenn ich jetzt mal Schaden machen will, perfekt. Wehrattacke brauchen wir nicht. Stecher. Äh... Durchschlagswahrscheinlichkeit und Schaden. Okay. Kunst der Jagd. Da habe ich ja jetzt noch fast gar nichts drauf. Schaden, Blutungsschaden... Ist das ein Schadensding? Okay. Den Köder, da gehe ich nicht weiter drauf. Reuterkunde. Heilsamen zu machen. Mehr Gesundheitsregeneration. Angriffsgeschwindigkeit, komm. Angriffsgeschwindigkeit ist gut, die will ich haben. Geschossgeschwindigkeit, das dauert mir zu lange, wie die Dinger da fliegen. Also lassen wir das jetzt für diesen Level immer gut sein. Wir machen es genau so. Ja, da geht es doch schon... Man sieht es, es geht ein bisschen besser ab. Ich glaube, das ist das, wo ich hin muss. Schneller töten. Besser überleben durch schnelleres Töten. Ach hey, Beinwickel der Ausdauer. Dein Gepäck ist voll. Gucken wir uns einmal an, ob ich sie mitnehme. Äh, bleib stehen. Nee, brauche ich ja Intelligenz für... Okay. Wurscht. Äh. Kann ich es auch sein lassen. Dann brauche ich das auch nicht mitnehmen. Ich habe jetzt keine Lust, ständig in die Stadt zu gehen. Das wollt ihr auch hier, glaube ich, im Video nicht sehen. Dass ich dauernd hochrenne und verkaufe. Ah, wenn sie es überleben noch. Wo geht er denn schon wieder hin? Damit gehst du doch in den sicheren Tod. Was soll das denn? Ja. Ja. Wo muss dieser Raum hier so riesig sein? Ah, jetzt funktioniert die Nummer endlich mal hier. Aber hält ja nicht sehr lang an, wenn alle drauf gehen. Also, ich brauche immer noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist richtig. Aber das mit der Angriffs- und Fluggeschwindigkeit, das ist schon mal eine gute Idee. Also, da muss ich jetzt doch mal mehr drauf gehen. Das heißt, die Wölfe, die sind jetzt erstmal nicht so relevant weiterhin fürs Leveln. Da lege ich mich jetzt mal drauf fest. Die werden ein bisschen weiter hinten angestellt. Ach, hier waren wir doch schon mal. Na gut. Dann nehmen wir nicht den, nicht den, sondern den Weg. Ja, vielen Dank. Mein Köder, der interessiert euch ja wahnsinnig. Da sind wir einmal im Kreis gelatscht. Das ist gut. Und dann bleiben nur noch wenige Wege übrig. Der hier war es auch nicht. Dann kann es ja nicht mehr arg viele Alternativen geben. Dann muss es ja hier bald mal weitergehen. Und da sind wir. Und dahinter rappelt es jetzt im Karton. Ich glaube, da wartet der Telkine auf mich. Ich hoffe es irgendwie gerade nicht. Ach, der Minotaurenfürst. Bis zum Telkinen habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja. Der ist schneller als ich. Das ist schlecht. Hältst du da auch drauf rein? Nee, ne? Boah, das musste jetzt mal sein. Damit ich überhaupt die Fallen hier wegbekomme. Okay, jetzt können wir uns dem größeren Problem hier widmen. Okay. 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 So, ist gut. Ja, trifft mich nicht. So, haben wir den doch. Errungenschaft, Tales the Best, Beast, äh, Entschuldigung, Taste the Beast. Das ist gut. Bla, bla, bla. Was haben wir denn hier? Verstärkter Schild des Könners. Ja, komm, hopp. Einmal gönne ich mir das jetzt. Bin ja schon ein bisschen lootgierig, das wisst ihr ja. Da müsst ihr jetzt durch. Das schaffen wir aber zusammen, das stehen wir zusammen durch. Wie kann ich dir helfen? Gib mir Geld. So, das kann weg, weil will ich nicht tragen. So, äh, 10 Rüstung, komm, äh, macht mir keinen Sinn. Vorgonenkrone der Verjüngung. Und tschüss. Einfache Filter weg. Was kannst du? Ist auch nicht interessant. Machst du Schaden? Nein. Und tschüss. 4 Intelligenz weg. 8 Intelligenz weg. 16 Angriffsqualität. Alleine ist zu wenig. Trenn mich jetzt auch von dir. Dich hebe ich nicht auf, du Ring. 28 Rüstung, 86 Leben ist natürlich gut, aber... Nö. Beehre mich bald wieder. Ja, machen wir. Machen wir. Alle Kisten verschlossen. Magisch. Das ist gut. Reise mit leichtem Gepäck. Ja. 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 Was haben wir noch? Hier sind ja noch mehr Truhen. Ach, wie fein. Ja. 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 23 bis 36, der hier, den nehmen wir. Damit ist die Axt auch schon wieder erledigt. Äh, ich werde jetzt trotzdem mal schnell schauen. Tastenzuweisung, wo ich hier... Ja, meine Waffe wechseln kann. Nächste Fähigkeit. Waffe wechseln ist W. Warum bin ich da nicht drauf gekommen, ne? W. Okay. Kalle des Kanals. Jetzt, äh... Wird's gleich rappeln, hab ich das Gefühl. Da ist er schon. Gut, lassen wir erstmal seinen Zauber fertig wirken. Äh, wo zieht's so hin? Och, seid ihr zäh, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Dafür seid ihr wenigstens verdammt langsam. Also, ich muss die, glaub ich, nacheinander loswerden. Und immer, wenn ich ein bisschen Energie übrig hab, gibt's ein Hündchen. Wenigstens jetzt mal dramatische Musik. Wo bist der Asta? Ja, jetzt kommt der noch dazu, oder was? Hätte ich euch schon loswerden sollen vorher? Das kann ja eine zähe Nummer werden, Leute. Ach, noch mehr? Das ist ja natürlich jetzt schlecht. Das ist eine ganz ungünstige Situation. Machen wir mal mit euch weiter. Ihr nervt ja auch ganz besonders intensiv. Genau, noch mal ein paar mehr von denen. Es reicht ja noch nicht, was ich hier an der Backe habe. So, ein losgeworden. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 80 Minuten, würde ich sagen. Ihr saugt mir doch auch irgendwas ab, gell? Darf ich gar nicht so nah ankommen lassen. Äh. Ja, mit ihr nervt intensiv meinte ich in der Tat, dass mir richtig auf den Zeiger geht. Na, um Himmels Willen. Ja, ein weniger von den komischen Köpfen da. Wir müssen es einmal, einmal, weil ich es wissen will. Oh, nee. Das machen wir nicht, solange ich nicht tatsächlich gute Waffen auf der Zweithand habe. Ah, jetzt geht's los. Reicht zu langsam. So, ein Pech. Jetzt haut er aber auch alles raus. Danke, jetzt genau. Danke, jetzt hat er die auch noch gegen mich aufgehetzt. Ah, sie sind aber wieder zurückgekehrt, oder? Ja. Das war nur vorübergehend, das ist gut. So, den einmal ein bisschen frisch gemacht gerade. Jetzt kommt er schon wieder mit seinen zwei blöden Freunden da. Meine Lebenstränke gehen langsam leer. Das müsst ihr jetzt mal ein Ende nehmen. Aber das Gute ist, meine Hunde können, die Wölfe können, ja, unbehelligt Schaden machen. Solange ich die Akku habe, ist das alles okay. Ach. Mimimimi. Na also, das kann man über die Zeit bringen. Das ist nicht so schlimm. Der ist so zäh, das ist unglaublich. Aber der saugt wahrscheinlich auch Leben bei mir ab, ne? Ja, natürlich. Welcher Skill ist das, den er da macht? Der mir das Leben absaugt. Oder sind das die beiden Kerle, die ihm Leben wieder beschaffen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Der ist ja wieder voll. Okay, also. Alles klar, die Flucht in die Stadt hat nicht geklappt. Ich brauche... mehr Lebenstränke. Und ich muss jetzt mal rausfinden, wann der sich an mir regeneriert. Durch was? Durch welchen dieser Angriffe? Sei gegrüßt, Reisender. Ist das in der Tat durch diese Ads, die er da beschwört? Weil das sind ja Lebensabsauger, dass er über die tatsächlich sich selbst wieder vollpumpt? Das kann natürlich sein, das ist am wahrscheinlichsten, glaube ich. Machen wir noch einen Versuch hier. Also das will ich jetzt ja nicht irgendwie als schlechten Cliffhanger nehmen. Das wäre ja echt unnötig. Ja, und jetzt müssen wir noch auf das richtige Portal klicken. Und den Weg finden. Das wäre jetzt natürlich super. Ach du Heilige. Die Richtung stimmt doch, oder? Jetzt ist ja alles respawned. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe. Aber aufgrund der Fackelanordnung sah das gerade so aus. Bin da ganz zuversichtlich. Ich bin nicht so weit weg, wie ich sein könnte. Oha. Der Limo ist der Lebensfresser. Glaubt, der ist das, der mir hier die Probleme machte, gerade bei unserem Tilkinin. Ich muss doch jetzt hoffentlich nicht schon wieder den anderen erst töten, oder? Eichenherz. Das habe ich natürlich auch noch vergessen. Gut, der ist weg. Dann können wir uns ja direkt um unseren Freund hier kümmern. Und jetzt sind diese vier Statuen wieder am Start. Das ist anstrengend. Nein, sind sie nicht. Das ist gut. Das ist gut. Ja, also die Lebensfresser, die muss ich loswerden. Die dürfen nicht an mich ran. Ja, dann haben wir das. Wenn ich die nicht an mich ranlasse, dann müsste das eigentlich gehen. Schnell weg damit. Nee, das war aber auch nicht. Auch nicht alles, oder? Welcher seiner Zauber macht noch Lebensabsaugung. Also ich muss echt von allem weg, was er hier auf mich jagt. Das war's nicht. Das ist nur ein Schadenszauber. Hm. Ihr dürft mich nicht kriegen. Ihr dürft mich nicht kriegen. Aber er regeneriert sich trotzdem wieder recht schnell. Das ist keine Regeneration. Das auch nicht. Das auch nicht. In der Tat sind es nicht die Angriffszauber. Aber es können nur diese beiden Lebensfresser sein. Die müssen wir schnell loswerden. Die versorgen ihn wieder. Und dann ist er doch eigentlich kein Problem. Ja, was man über die Jahre doch alles wieder vergessen kann. Ah ja, die klicken wir mal an, die Kugel. Das ist doch mal schön. Gucken wir uns mal die blauen Sachen an. Hiermit kann ich ja mal gar nichts anfangen. So, Ochitos-Stab. Natürlich Intelligenz. Vielen Dank. Das erste Set-Item hier. Obsidian-Beiden-Schienen. Physischer Widerstand, Durchschlagswiderstand, Verteidigungsqualität ist natürlich jetzt für Stärke. Das ist sehr schade. Kann ich auch nichts mit anfangen. Frost-Mond. 37% Bewegungsverlangsamungsvergeltung für 3 Sekunden. Ein bisschen Kälteschaden. Frostbrandschaden. Nochmal Kälteschaden und Energie. Naja, ne. Vielen Dank für den Loot. Extrem episch. Ich kann ihn richtig gebrauchen. Du, du hast ihn vernichtet. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Es war erstaunlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Sie können unsere Schreie nicht hören und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Wenn es keinen Weg mehr gibt, die beiden Reiche zu verbinden, dann fürchte ich, dass die Menschheit der Monsterplage kaum etwas entgegensetzen kann. Bitte gehe nach Ägypten. Suche dort den Mann namens Imhotep. Er ist ein Weiser des Ordens des Prometheus. Er weiß mehr über die Natur des Kanals als jeder andere Sterbliche. Er ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Du findest ihn in der Stadt Rakotis. Nimm mein Schiff. Es ankert in der Nähe im Fluss. Tada! Und das war Griechenland. Das war der erste Akt von Titan Quest. Und wir setzen jetzt über in den zweiten Akt. Aber das machen wir erst im nächsten Video, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze. Erstmal, Nabte. Bis zum nächsten Mal.